meine freunde ist wieder ein boss zum heutigen thema mein kumpel san diego kommt in den knast also schreibt alle frühs an diego in meine kommentare meine freunde dass man bloß an diego wieder rauskommt meine freunde der junge soll knuske landen das finde ich gar nicht cool mal also überall frühs an diego hinschreiben san diego beste mann ever also schreibt alle frühs an diego ins video in die video beschreibung meine freunde die jungen solchen knasten die junge sollte zwei jahre bekommen überlegt mal zwei jahren die drei jahre und zehn auf die mutter auf bewährung was soll die scheiße die jungen ist unschuldig so weit in der mucke machen meine freunde die jungen boss das gibt es demnächst feature also die beiden weltklasse rapper auf einem track sind meine freunde ihr wisst bescheid johann borst der borst leckend aber niemand freunde und nicht vergessen free san diego in die kommentare schreiben meine freunde habt ihr verstanden bis zum nächsten mal woher wir jungen boss ciao abonnierer nur die lege in free san diego meine freunde ciao